Bei meinen Recherchen zu Ostseegruf, dem neuen Fall, kam es neulich zu einem ganz witzigen Erlebnis. Und zwar hatte ich noch eine kleine Recherchefrage an die Polizei und habe in der Pressestelle angerufen und sagte so mein Sprüchlein auf, wer ich bin. Und da sagte der Polizist, Frau Almstedt, Sie müssen mir doch nicht erklären, wer Sie sind. Ihre Bücher sind ja quasi Pflichtlektüre bei der Polizei. Und ja, da hat er mir meine Frage dann auch sehr ausführlich beantwortet, hat selber extra nochmal angerufen bei befreundeten Kollegen und das ist natürlich großartig, wenn das so läuft.